Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute schauen wir uns das Null-Object-Pattern an. Das Null-Object-Pattern ist dazu da, um weniger Abstürze im Code hervorzurufen. Das heißt, wir haben in unserem Fall jetzt hier zum Beispiel einfach mal ein Parent und ein Child-Objekt, also ein Real-Child-Objekt und als alternative Unterklasse ein Null-Objekt. So, sowohl Null-Objekt als auch Real-Child haben hier die beiden Methoden geerbt und weil das hier vielleicht ein Interface war, haben sie auch beide Methoden einfach mal implementiert. Der Unterschied ist, dass im Real-Child tatsächlich einfach irgendein wichtiger Code drin steht, während im Null-Objekt einfach in beiden Methoden nichts drin ist. Und das macht insofern Sinn, als dass man vielleicht irgendwas zurückgeben muss vom Typ Parent, aber man hat einfach einen Fehler zum Beispiel erwartet. Das heißt, es wurde irgendein Fehler geworfen und oder man hat einfach auch keine sinnvolle Antwort auf diese Frage hier und man weiß nicht genau, was jetzt hier eigentlich ausgeführt werden soll in Ob1 und Ob2. Und alle Unterklassen von Parent funktionieren einfach in dem Fall nicht. Also ihr könnt ja 100 verschiedene Kinder haben. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Fehler geworfen wird, dann müsst ihr irgendwas zurückgeben. So, und was viele Programmierer hier machen ist, sie geben einfach Null zurück. Null ist aber ziemlich fehleranfällig, denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus einer Methode Null zurückbekomme und ich führe auf diesem Null-Objekt Ob1 aus, was ich vielleicht einfach nicht abfragen möchte. Ich möchte vielleicht nicht immer abfragen müssen, if Object ungleich Null oder if ReturnObject halt ungleich Null, dann führe Operation 1 aus, sondern ich möchte vielleicht einfach sagen können Ob1. Und wenn halt Ob1 nicht ausgeführt wird, naja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es einen Fehler gab. Dann gab es halt einen Fehler, dann wird halt nichts gemacht. Aber abstürzen darf der Code auf keinen Fall. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, machen wir doch ein Null-Objekt. Da sind zwar beide Methoden da, das heißt, man kann sie aufrufen. Man kann auch alles mit den Methoden oder mit diesem Objekt machen, ohne dass das Programm abstürzt. Aber es passiert halt einfach nichts, weil diese Operation hier einfach leerer Code ist. Das heißt, es ist einfach nichts drin. Und ja, deswegen gibt es das Null-Objekt. Das ist sozusagen einfach da, damit man mehr Codesicherheit hat. Sprich, dass das Programm nicht einfach so zur Laufzeit einfach so abstürzt, weil es halt einen Fehler gegeben hat, sondern es läuft weiter. Nur irgendwelche Operationen funktionieren dann halt einfach nicht besser als ein Absturz. Okay, und ja, das ist eigentlich auch schon alles von meiner Seite. Eigentlich, ja, tatsächlich. Das ist relativ simpel, ich weiß, aber trotzdem muss es erwähnt werden. Und ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.